Ist Anton Hofreiter von den Grünen nun völlig verrückt geworden oder was? Er ist ein richtiger Kriegstreiber. Man hört nur noch Waffen oder Milliarden für Waffen und nur sowas oder Krieg. Nichts anderes kommt mehr von ihm. Und jetzt war er im Morgenmagazin in der ARD. Und was er dort vom Stapel gelassen hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja Freunde, Hofreiter will allen Ernstes, dass Deutschland die Milliardenhilfe zahlt, die die USA nicht zahlen will. Und das sind weitere 56 Milliarden. Und dafür soll die Schuldenbremse gelöst werden. Geht's eigentlich noch? Da kann man nichts mehr dazu sagen. Er redet ja schon die ganze Zeit nur von Panzern, Munition und anderen Gerätschaften, die man liefern muss. Und hatte ja sogar den ungarischen Premierminister Viktor Orban angegriffen. Hier oben seht ihr nochmal das Video. Die so laut rufen, finde ich, die sollen doch als erstes an die Front gehen. Und nicht irgendwo an die Front, sondern an vorderster Front. Fangen wir gleich mal damit an. Am Ende sozusagen kommt man halt dazu, dass die USA, da liegen gerade 56 Milliarden Militärhilfe für die Ukraine auf Eis. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir diese Militärhilfe für die Ukraine ja nicht nur geben, damit sich die Ukraine verteidigen kann. Sondern das muss man immer wieder betonen, weil die Ukraine die Sicherheit von ganz Europa schützt, vom ganzen demokratischen Europa. Hör doch einfach mal auf damit, immer zu sagen, dass die Ukraine ganz Europa schützt. Vor wen denn? Das ist doch die Frage. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich glaube, man will, dass der Krieg immer weiter geht. Dass er nie endet. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Aber es geht auch noch weiter. Nämlich es ist allgemein bekannt inzwischen, dass der russische Präsident Angriffe auf weitere Länder, zumindest wenn das in der Ukraine aus seiner Sicht gut geht, vorhat. Was ist bekannt und wo haben Sie das her, Herr Hofreiter? Das sind doch die zwei wichtigen Fragen hier. Niemand hat je davon gesprochen, ein anderes Land oder ein anderes EU-Land anzugreifen und schon gar nicht die NATO. Das saugt man sich einfach aus den Fingern. Unglaublich immer wieder dasselbe bei jedem Interview. Putin hat immer wieder gesagt, dass er weder die NATO noch ein anderes EU-Land oder anderes Land angreifen will. So ist es doch. Putin sagt ja klar, dass man Polen nicht angreifen würde. Höchstens wenn sie angreifen. Und auch kein anderes Land. Er sagt, dass man daran gar kein Interesse hat und dass nur leere Drogen sind. Und na klar wird es jetzt wieder einige geben, die sagen, warum sollte man das glauben? Aber man kann das auch andersrum drehen. Warum sollte man der Ampel was glauben? Wer hat denn wie oft schon in letzter Zeit gelogen? Schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und die Sache ist doch die, man will der Rüstungsindustrie helfen und die verdient damit ein Haufen Kohle. Man muss sich darüber im Klaren sein, die Ukraine fordert im Moment oder braucht relativ wenig von uns. Sie braucht nur in Anführungsstrichen Waffen und Geld. Das Kämpfen machen die ukrainischen Soldaten. Wenn die NATO direkt angegriffen wird, dann werden da NATO-Soldaten involviert. Das heißt, die Ukraine stellt auch unsere Sicherheit her. Nur Geld und Waffen? Was heißt hier nur? Und ist es Ihr Geld, Herr Hofreiter? Oder wen sein Geld ist das? Und kämpfen also bald andere Soldaten? Ist es das, was wir daraus leiten sollen? Ja, am Ende brauchen wir ein neues 100 Milliarden Paket. Auch für die Bundeswehr brauchen wir direkt mehr Geld. Wir haben bei der Artillerie zum Beispiel nur noch für mehrere Stunden, mehrere Stunden, nicht Tage, Munition. Das heißt, wir haben da auch weiterhin ein Riesenproblem. Trotzdem 100 Milliarden Paket in der Vergangenheit, weil da einfach die letzten Jahrzehnte so viel verschludert worden ist. 100 Milliarden Paket? Geht's noch? Man wirft mit dem Geld hier einfach nur noch um sich und im eigenen Land ruft man zum Sparen auf. Und na klar hat man kaum noch Munition, da man sie ja weggegeben hat. Und deshalb müssen wir, haben wir das genuine eigene Interesse, wenn die USA ausfallen, dass wir dann einspringen. Denn wir können nicht wollen, dass Russland weitere Länder angreift. Wahnsinn! Jetzt dreht er völlig durch. Wenn die USA nicht zahlt, dann macht es nichts. Deutschland übernimmt das und zahlt dann die 56 Milliarden Euro. Also jetzt müsste jeder begriffen haben, was hier los ist und es müsste jetzt einen Aufschrei geben. Anders kann man das hier einfach nicht mehr sagen. Und jetzt kommt noch der krönende Abschluss. Aber wir brauchen eine deutliche Mehrheit, um dieses Geld zu mobilisieren. Und manche sagen, man will priorisieren. Ja, aber wir sprechen von Dutzenden und Aberdutzenden von Milliarden. Und das kriegen sie nicht mit Priorisieren. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man am Ende nicht drumherum kommt, die Schuldenbremse aufzuheben. Also alle sollen Ja sagen und die Schuldenbremse muss weg. Und dann haut man das ganze Geld einfach aus dem Fenster raus und der Steuerzahler soll sich freuen. Ja Freunde, ich denke in den nächsten Tagen werden die Nachrichten gepusht werden, dass die Ukraine kaum noch Munition hat, kurz vorm Ende ist und Russland weiter nach vorne kommt und bald auf dem Weg ist, die NATO anzugreifen. Das glaubt ihr nicht? Wir werden es sehen. Wir werden es wirklich sehen, ob das jetzt in den nächsten Tagen kommt und wie es hier weitergeht. Es ist einfach nicht mehr normal, was Hofreiter hier jetzt vom Stapel gelassen hat. Es wird immer schlimmer, was dieser Mann sagt. Und ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Bleibt bitte sachlich, ihr wisst warum. Und ansonsten folgt mir noch auf Gettern auf Telegram, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen. Teilt meine Videos und meinen Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Auswanderungs-Sie Ungarn-Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.